Sei gegrüßt und herzlich willkommen zu einem extremen Spontan-Video, ein spontanes Rezept-Video und zwar gibt es heute einen Borretsch Spinat. Als Zutaten brauchen wir Süßkartoffeln, die wurden schon klein geschnitten und zwar waren das zwei Stück. Die Schale war nicht so schön, deswegen habe ich sie dieses Mal geschält, sonst lasse ich die Schale dran. Von der Größe her circa diese Größe. Und dann brauchen wir Borretsch, eine wunderbare Pflanze, die fast das ganze Jahr über wächst und die zeige ich euch gleich auch im Garten, damit ihr seht, wie die aussieht, falls ihr sie noch nicht kennt. Hier im Garten sehen wir, wie der Borretsch fast überall wächst. Das heißt, diese Blätter da, das ist überall Borretsch, das ist die Blüte davon. Auch die ist noch wunderbar da und die Bienen und Hummeln freuen sich an der Blüte. Hier nochmal wunderbar in Blüte und man sieht, der ganze Garten wuchert voll damit. Ein Wildgemüse, das man kaum noch rausbekommt aus dem Garten und fast das ganze Jahr über wirklich schön saftig chlorophyllhaltig zur Verfügung steht. Wir haben jetzt fast Ende Oktober, 22. Oktober haben wir heute, wo ich das filme und man sieht, wie saftig grüner ist. Wobei schon manche andere Wildkräuter eher dem Ende zugehen, ist der Borretsch noch mit voll dabei. Und weil er eben in so großen Mengen wächst und er roh gegessen eher unangenehm ist, denn der Borretsch ist so stachelig. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Ja, da sieht man so ein bisschen gut die Stacheln und haarig und so zum Rohessen ist er einfach ein bisschen borstig. Die Blüten, die kann man wunderbar roh essen. Also die schmecken super. Aber die Blätter einfach nicht. Und nicht nur, dass er hier kostenlos zur Verfügung steht. In großer Menge, wie man sieht, er hat einfach ein wunderbares, süßliches, leckeres Aroma ohne wirklich viel Bitterkeit. Aber trotzdem einfach kräftig grün und chlorophyllhaltig. Somit eine Pflanze, die meiner Meinung nach in jedem Garten gehört und öfter verspeist werden sollte. Zurück in der Küche starten wir, indem wir die Süßkartoffeln kochen. In welcher Größe ihr die schneidet, ist vollkommen egal. Hauptsache gleich groß, damit sie auch gleich schnell durch werden. Darauf warten wir jetzt und danach kommt der Borac schon hinein. Sobald die Süßkartoffeln weich sind, kommt der Borac ruhig umgeschnitten rein in den Kochtopf. Der schrumpft ziemlich zusammen, nicht wundern. So wie so ziemlich jedes Kraut oder auch vom Spinat kennt man das ja. Man kann das Rappel voll machen und nachher sind nur noch gefüllt ein paar Löffel übrig. Das heißt, einfach reinstopfen und das dämpft sich schon klein. Gefüllt ist nichts übrig geblieben. Aber das bisschen was noch da ist, landet jetzt im Mixer. Fertig gemixt ist der Spinat. Es braucht keine weiteren Gewürze. Er schmeckt einfach wunderbar, so wie er ist. Du kannst ihn genauso auch als Aufstrich nehmen. Auch dafür finde ich ihn sehr geeignet. Ansonsten lass es dir schmecken und genieße es. Wenn du noch Fragen hast, schreib's gerne unten in die Kommentare oder per Mail. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Bis bald. Tschüss und Baba. Mmm, köstlich. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.